Wie geht es einer Frau Mitte 40, die Job und Wohnung verliert und deshalb wieder bei ihrer Mutter einziehen muss? Und wie geht es einer Frau im Ruhestand, wenn plötzlich ihre längst erwachsene Tochter wieder bei ihr Unterschlupf finden will? Und vor allem, wie kann man als Frau in dieser Situation eine Affäre mit dem Nachbarn noch länger geheim halten? In der Komödie Willkommen im Hotel Mama gibt es die Antwort. Das Nonntal gilt als bürgerlicher Stadtteil Salzburgs, in dem wohnt, wer sich in der Gesellschaft etabliert und das nötige Kleingeld dazu hat. Warum das nicht immer so war, erfährt man bei einem gemütlichen Literaturspaziergang mit Dorit Ehlers und Christian Sattlecker, welche an einzelnen Stationen, Textcollagen verschiedener Autoren und Autorinnen vortragen und so eine Illusion des vertauschten Schauplatzes schaffen. Bestimmt entdeckt man dabei Plätze, die einem bisher verborgen waren. Seit dem Durchbruch mit ihrem ersten Album A Bit of Devil sind Zodiac schon längst kein Geheimtipp mehr. Binnen kurzer Zeit galt der Name der vierköpfigen Band als Markenzeichen für höchst qualifizierten Blues-Rock, inspiriert von klassischen Bands der 70er. Mit ihrem vierten Album Brain of Soul wollen Sie Ende September im Rockhaus Salzburg Ihre Fans begeistern. Als besonderes Zucker bringen Zodiac auch gleich zwei Special Guests mit. Hinschauen lohnt sich. Die Geschichte eines Deutschen, der nach Österreich aufbrach, um dort entpifkinisiert zu werden, erzählt die Puppenshow sechs Österreicher unter den ersten fünf. Vor mittlerweile fast 30 Jahren brach der Student Dirk Sterrmann einst aus Düsseldorf auf, um in die Welt des Schnitzels und der Sachertorte einzutauchen und schließlich auch dort zu bleiben. Es gab nur ein Problem, die neue Sprache.